Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Skyblock 11 bis jetzt, glaub ich? Ne, 12 sogar! Ne, 12! Ja, genau, 12 und wir fangen jetzt eigentlich direkt schon wieder an, oder? Ja. Einfach ohne hier weiter irgendwie Zeit zu verschwenden. Ja, und wir haben viertel nach spät, deswegen ist es kalt und deswegen gehe ich als Monsterfahren. Viertel nach spät, okay. Ja. Gut. Und wir haben... Ich hab mir was überlegt. Ich glaube, ich verrate mein größtes Geheimnis aufs... äh, in Let's Play. Okay, Moment, kleine Moment bitte. Und zwar, wir haben vor, jetzt 15 Minuten Ports zu machen. Und so? Mindestens. Und, ähm, ja, diese zwei Überlängenfolgen kann 20 Minuten. Wenn ihr das weiter haben wollt, könnt ihr es in die Videobeschreibung schreiben. Genau, in die Beschreibung. Äh, in die Videobeschreibung. Leute, hackt bitte YouTube, schreibt es in die Videobeschreibung. In die Kommentare, bitte mein nicht. Tut mir natürlich schrecklich leid. Und ja. Jo. Und wir haben noch... Also, ich verrate dir jetzt mein größtes Geheimnis. Okay, schieß los. 3x3 ist 7. Hä? Hehehehe. Was? Hä? Das ist mein größtes Geheimnis. 3x3 ist 7. Grundschuldige nicht gut aufgepasst, ha? Doch, doch. Deswegen ja. Hehehe. Du wirst es vielleicht nicht verstehen. Aber irgendwann wirst du es verstehen und dann wirst du lachen. 3x3 ist 7. Mhm. Du wirst es spätestens verstehen, wenn ich hier das Video schicke, aus dem ich es habe. Ah, dann werde ich es also nachher erfahren. Ja. Gut. So. Ich habe mal ein paar... Ich habe schon wieder Bones. Ich glaube, wir haben mittlerweile 14 Bones oder so. Also richtig viel Knochen hier. Moment. Ich mache mal eben hier so zack, 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 zack. Ich mache jetzt mal hier eben die... 16 Schießpulver. Ui, ui, ui. Oh, Schießpulver. Das brauchen wir für gar nichts. Ah ja, und wir haben natürlich Steine gefarmt. Wir haben wirklich Steine gefarmt. Das hat einfach 7000 Jahre gedauert. Aber wir haben jetzt eine... Achtung! Nicht runterfallen hinter dir! Achtung, Achtung! Da ist jetzt hier offen, weißt du? Achtung! Ja, wir haben eine ganze Kiste voll mit Steinen jetzt. Wehe, die das hier... Achso, Achtung. Moment. Ähm, hier oben haben wir auch noch ein paar reingemacht. Und, um zu überleben, es war ultra wichtig, dass wir was essen. Fuck. Die Türen, wie mir das schon auf dem Sack. Ja, wir haben diverse Melonen-Samen. Ja. Wie haben wir die eigentlich hier? Die eigentlich hier? 64 Melonen. Ein ganzer Stack. Und zwar werden wir jetzt erst mal ein bisschen hier einpflanzen. Nein, die kannst du so nicht einpflanzen, Noob. Die sind drin, oder? Ja, aber die kannst du so nicht... Die müssen ein Block daneben... Ähm, müssen die so ein schönes Dingensens haben. Ein Feld, wo was wachsen kann. Weißt du was? Mach du. Ja. Wir haben schon wieder ein paar verloren. Pack du die einfach in das Dingensens und ich mach den Scheiß dann, okay? Danke. Genau. So mach ich's. So, dann werde ich mich gleich mal ein Stack setzen. Ich bin so hässlich. Ich bin so häss... Ne, ich hab's geschafft. Aber hässlich bin ich trotzdem. Genau. Jetzt hässlich. Jetzt hässlich. Dann werde ich das Ganze umsetzen. Hey, unsere ganzen Dinger sind noch da. Hey, hey, hier. Schneid's jetzt mal. Ich komm nicht mehr hoch und es ist alles überflutet. Äh, wahr. Ähm, wie mach ich denn das jetzt? Hoffentlich gut und schnell. So. Und dann... Es schneid einfach bis auf den Boden durch. Dann hab ich natürlich nix dabei. Moment, ich muss mal eben hier so und so. Hier so und wie komm ich jetzt wieder nach hoch? Achso. Lass dir Zeit, ich geh nochmal Monster farmen. Nein, ich hab da nicht Zeit. Okay, ich lass mir Zeit. Ähm. Nein, jetzt bin ich doch so blöd und ich... Alle bitte mal in die Kommentare schreiben, dass ihr mich so dumm findet wie nix anderes. Danke. Ähm. Warum willst du, dass die Leute sagen, dass du schon bei bist? Ja, weil... 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 Naja. Den check ich nicht. Keine Ahnung! Jetzt... Mach mich nicht fertig, ich bin ein Kleinkind. Ähm. Ach du Scheiße. Oh Gott, ich glaub die Spinne bolzt mich hier runter, wenn ich sie einbreite. Ouh, das ist nicht gut. Mach hier mal eben. Oh. Gleiche Bau ausgeschafft. Einen kleinen Trick. Kleiner Trick für... ...volle Idioten. Ähm. Ja, ich bin also absolut scheiße, das müsst ihr wissen. Und das müsst ihr auch so... ...weiter erzählen. Ja, ich brauch mal ein bisschen Stein. Oh, das ist einfach so. So. Alter. Hat sich das jetzt ge... Jetzt gibt's doch nicht! Jetzt hab ich den ver... Irgendwie ist mein Shader so ein bisschen daneben. Meine Lava hat immer so einen Schlitz frei. Einen Schlitz. Einen Ölschalt. Voll witzig, ne? Ja. Absolut. Ich brauche... Das hier? Ich hab mich verarschen, jetzt ist das Ding wieder weg. Ja klar. Und... Ich brauch... Ich pack noch ein bisschen mehr Auer. Ich pack noch ein bisschen mehr Auer. Oh, cool. Haben wir eh nach. So, wie kann ich denn das jetzt umsetzen, dass das hier ein bisschen schöner aussieht? Ich bin grad echt am überlegen. Ja, das hier kann ich jetzt wieder abbauen. Kann man das irgendwie umsetzen, dass hier so... Das ist ja gar nicht. Sieht aber ein bisschen scheiße aus, so. Ich pack mal ein paar Schwerter in die Kiste. Hm. Ich bin grad... Eine Tür brauch ich auch noch. Wirklich richtig am schwitzen? Und wo? Lecker. Ähm... Nein, du verstehst alles falsch. Am schwitzen. Ja, du hast das falsch verstanden. Achso. Das heißt, hier ist eigentlich ganz kalt, oder was? Nein, ich bin hier am überlegen, wie ich das machen soll. Deswegen hab ich das... Pack dir doch einen Kuchen bloß. Würde ich lieb gern. Scheiße, da ist die Hölle los dahinten. Ja genau, lauf zu mir. Das war episch, aber leider geht hier nix mehr da. Was find ich jetzt stark? Oh mein Gott, die Spinne von oben. Was für eine Bitch. Mach ich das jetzt einfach so? Also man braucht zum Hochgehen einfach ein bisschen länger als zum Runtergehen. Oh. Was aber scheiße umgesetzt ist. Ich muss mir mal Leben taufen, also. Auch mit oben. Ich überlege, wenn man das machen könnte. Leben kaufen? Nein, das Besseres und zwar werde ich jetzt mal eben testen. Aber ich kann euch eigentlich garantieren, dass es nicht funktionieren wird. Aber ich mach's trotzdem. Glück davon. Und jetzt... Oh, das wird hart. Alles brennt. Alles... Wasser ab und... Ähm... Mach das schon schön. Die leuchten ja richtig, wenn die brennen. Wieso sind hier eigentlich Leute... äh Zombies, die aussehen wie Dorfbewohner? Wir sind nirgendwo Dorfbewohner. Oh, wieso kann ich das nicht... Wasser setzen? Ah, da ist es doch. Platziert. Nice. Jetzt muss ich's nur aufm Boden rumschieben. Äh. Äh. Ab nach da hinten. Äh. Äh. Oh, das Boot muss über den Poden schwimmen. Und ralalala, da kann man eigentlich durchfliegen. Kann man doch gar nicht durchfliegen. Jetzt geht nach da hinten, du. Äh. Los. Los. Ich glaub, es ist jetzt die Türen hier mal so hin. Dann stellen die sich da schon an. Dann können wir hier einfach so abfuhlstücken. Los. Okay, wenn du meinst. Wenn du möchtest, kannst du was machen, wie du möchtest. Ja? Aber nur, wenn du möchtest. Ja. Ich bin dafür, dass wir jetzt in der Folge tatsächlich mal ein Nether gehen. Ich bin am failen. Ein paar Minuten. Haben wir Pfeile? Können wir uns irgendwie Pfeile herstellen? Nö, können wir nicht. Buck hier rum, wie nix sollst. Soll ich mich verarschen? Was ist das denn für eine Scheiße? Das ist so göttlich. Gott bin ich scheiße. Ja, dann mach ich das Ganze eben so. Knochen brauchen wir nur für Bone Meal, oder? Hop. Hop. Ja, hab's geschafft. Aua. Das hat weh getan. 54 Bone Meal aber jetzt. Ähm. Ja, Moment, aber nicht doch... Alter, wie hast du denn das hingekriegt? Naja, wir hatten 18 Knochen. 18 x 3 sind 54. Gott, wir hatten 18? Ja. Ich hab ja die ganze Zeit Monster gefarmt. Was glaubst du eigentlich wofür? Ja, nice. Oh. Jetzt brauch ich mal ne Treppe nach oben. Weil das, was du hier fabrizierst, ist scheiße. Der Wasserstrahl? Ja. Irgendwisschen scheiße, hm? Suboptimal. Brauch mal voll langsam nach oben gehen. Ja, aber ich weiß wie man das lösen kann. Ja, mit Schildern, meinst du? Ja. Ja, aber das ist da ein bisschen Feldern. Nö, ich mach das. Das könnte sogar ziemlich gut sein. Ja, das muss aber auch gut aussehen. Ja, mein ich ja. Wie baut man denn nochmal Schilder? So. So, ich hab noch 16 Stück. Die werden nicht reichen. Ne, ich hab sogar 15 Stück. Ja. Okay. Dann ist hier unsere Special Kiste. Das ist auch so schön speziell. So schön. Special. Dann mach ich hier mal ein größeres Fenster rein. Hier so. Genau, das sieht gut aus sogar. Dann kann man das Fenster auch ein bisschen vergrößern. Weil ich das hier wieder ein bisschen kleiner machen möchte. Ja, das sieht dann sogar gut aus. Ähm, hier mach ich so. Dann hab ich hier auch so... Genau. Und ähm, endlich. Dann erweiter ich das hier auch. Um eins. Das hier auch um eins. Was soll denn eigentlich die Idee mit dem Boot, bitte? Wo ist denn eigentlich unser Einer? Dass man... Dass man so durchs Boot durchspringen kann. Aber hat wohl nicht ganz gut geklappt. Dann mach ich mal das hier weg. Seite. Hier, Eimer. Wo ist denn der? Der Eimer hier. Schmeiß den mal wieder unten ins Loch. Ähm. Du hast ihn im Inventar. Oh. Cool. Wie kommt jetzt hier unten an Wasser? Ähm. Wasserquelle anbohren. Hast du's geschafft? Ja, natürlich. Okay. Ähm. Das ist in Ordnung. Ne. Genau. Ich weiß wie ich das mach. Und dann werd ich dieses komplette Kistenlager hier umbauen. Unsere Ziele. Unsere Ziele. Unsere Ziele, die wir haben. Setzen wir gerade doch nicht um. Aber, dann sieht das Ganze auch hier schöner aus. Kannst du mal eben bitte wieder da zu machen. Danke. Dann müsstest du ja hier unten nur eine Entity-Wasser-Kelle. Ey, wir brauchen hier unten noch eine Entity-Wasser-Kelle. Aber ich glaub das lassen, die brauchen wir unbedingt. Du kannst jetzt erstmal hochjumpen und dann hier so. Oh, kannst du doch nicht. Ähm. Auch abbauen. Alter, wie viel Steine kommen hier raus? Was? Ja, scheiß viele. Was glaubst du eigentlich, wieviel Steine in der Doppelkiste drin sind? Ja, wieviel hast du gefarmt, man? In der ganzen Kiste voll. Wenn ich mal kurz nicht da bin. Tja. Verrückt. Wenn ich mal kurz nicht da bin, dann... Recht. So. Dann hier die Kisten hinknallen. Jetzt wirds alles weggestimmt. Dann darf ich hier so machen. So machen. Oder? Zack, zack. Und... Das hier mal. Arbeiten. Und... jetzt hier hinten... ein schöneres einbauen. Wo sind unsere... Pack das was wir hier rein. Zack. So. Dann kann ich den Scheiß hier aufsammeln. Oh. Den haben wir noch nicht. Wie hab ich denn das hingekriegt? Na ja, in der Doppelkiste passt mehr rein als ein Typ tragen kann. Auch als ein Typ zweimal tragen kann. Ich hab das... Wie hab ich denn das geschafft? Das ist alles gerade so. Einfach rein. So. Ähm. Tata. Und... Den steht hier wieder entfernen. Da. Oh, schuf. Den steht da wieder rein. Okay. Gut. Ähm. Wenn du das so machst, brauchen wir den da unten. Den Scheiß. Unendliche Wasserquelle oben backt rum. Alter. Unser Haus fackelt grad ab, ne? Oh, fuck, 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 fuck. Ich hab da ein bisschen was. Ja, du bist ein Idiot. Du bist ein richtig doofer Idiot. Alter, das ganze Haus fackelt. Du Idiot! Ach, wir müssen nach oben. Ja. Oh Gott, 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 Zack, 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 zack. Oh fuck, 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 fuck. Los, los, los! Du scheiße, Tio. Loschen, 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 loschen. Geht nach unten. Beiß auf das oben. Schütze unten. Schütz unten. Ich habe unten geschützt, ich habe unten geschützt, ich habe unten geschützt. Ich habe unten geschützt. Geh du jetzt nach oben und schütz oben. Unser Kack, da haben mittlerweile fünf Fans, das rücken wir in den komischen Kasten. Ja gut, unser Dach fackelt jetzt einfach restlos ab, aber hier, das ist gedempt. Nein, das fackelt nicht restlos ab, ich werde den Scheiß hier löschen jetzt. Auf dem Dach. Ja, ich bin schon drauf. Nein, ach gut, wir hätten es doch abbrennen lassen können, wir wollen doch eh ein neues. So, was brennt nicht jetzt noch? Ah, da. Ich weiß, was ich hier gebaut habe. Hier ist doch noch irgendwas. Ab nach oben. Was ist das hier noch? Ach, da hinten. Ah! Nein, nicht, 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 nicht. Nicht, nicht abbrennen. Nicht abbrennen, nicht abbrennen, nicht abbrennen. Nicht. Ah, gelöscht! Wer ist der beste Feuerwehr in der Welt? Ich nicht. Für den Feuerwehr brauchen wir drei Sachen. Tembo, Tembo und noch einmal Tembo. Okay. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist eine Weisheit aus dem Sinenswert. Das ist sowas von... Wie du da gerade rumgesprungen bist, so hin und her. Oh, das hat so episch ausgesehen. Okay, jetzt lachen mich alle aus, weil ich so irgendwie scheiße, komische, irgendwie keine Ahnung was bin und dann so ein Scheißdreck lachen. Ich weiß. Aber... Bei mir sieht das immer episch aus, was du mit leben. Ich kann es trotzdem nicht sehen. Dann mach mal ein Dachdecker, ne? Bob der Dachdecker. Du bist Bob der... Bachdecker. Bob der Klau-Mister. Jetzt springen sie alle, komm mal hoch. Komm mal hoch. In verschiedenen Farben. In natürlich. Grün, grün, grün und grün. Nein, bei mir sind sie grün, rosa und blau. Also grün, grün, rosa, blau. Äh, grün, 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 rosa, blau. So jetzt. Sorry. Also, ähm, bla blau und bla blau und so und ich bin jetzt morgen wieder unten und möchte hier ein bisschen weiterbauen und äh, 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 äh. Einmal in Waldmeistergrün, einmal in Grasgrün, einmal in Laubgrün, einmal in Eichengrün, einmal in Buchengrün, einmal in Tannengrün. Lässt du dir bitte einen Penis wachsen? Hab ich schon. Sogar drei. Willst du einen? Ähm. Also bei so einer Ausbau kann man ja nicht Nein sagen, oder? Bei so einer Vielfalt. Homo. Was für Homo? Bin kein Homo. Nein, 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 nein. Bin kein, nein, 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 ich bin kein, nein, 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 nein. Was sieht das scheiße aus? Sieht das gut aus? Das sieht eigentlich gar nicht so kacke aus. Ich juck mein Hand, mein Hand. Genau, dein Hand juckt. Jetzt juckt mein Hand, mein Hand, alter. Dein Hand, de juckt. Äh, mein Hand juckt. Oh, was da ging. De juckt. Mein Hand juckt. So, einen Timer hast du dir nicht gestellt, ne? Doch, einen Timer habe ich mir gestellt. Echt? Wann ist der abgelaufen? Der läuft ab, warte. Oh, jetzt habt ihr mein Handy gehört. In zwei Minuten irgendwas und ich muss mal mein Klingelton da sein machen, sonst wird die gleich wieder so. Zwei Minuten? Meine Aufnahme läuft schon 17 Minuten. Ja, na und? Okay. Mach mal 20 Minuten Folgen. Achso, das war genau 20 Minuten. Ja, dann hör es jetzt nochmal eine 20 Minuten Folge. Egal. Mach mal einfach weiter 20 Minuten Folgen. Genau. Das sollte ja nicht so tragisch anzugucken sein und wer es nicht gucken will, abschalten. Nein, wer es nicht gucken will, trotzdem angucken. Nein, nein, Spaß. Ja, also. Wer es nicht gucken möchte, abschalten oder? Clever, sowas am Ende der Folge zu sagen. Wer es nicht gucken will, abschalten. Und wer es nicht gucken will, trotzdem gucken. Ja. Oh, geil, es wird nachts. Ich kann nochmal einen Monster Hunter machen. Ah, du machst einen auf Monster Hunter. Nice. Okay, ich muss hier eben nochmal fucken. Alter, die Bude brennt schon wieder. Das gibt es doch nicht. Ich höre das Geräusch auch. Nimm mal diesen scheiß Eiber und setz die Lara da rein. Gesicht. Heb mal diese scheiß Eiber. Du bist einfach viel zu dumm, um irgendwas abzuisolieren. Wo ist denn der Drecks Eiber? Keine Ahnung, ich glaube, den habe ich in der Tasche. Ja, dann, hopp, Lava absetzen. So, jetzt ist ein... Also... Ja, let's bitch, der ist hier eh im Weg. Los, einmal. Und in die Kiste damit, nicht rumlaufen. Ich schmeiße den da rein. Gut. Weißwasserquelle hier, können wir dann demnächst auch wegmachen, wenn wir fertig sind. Die ist eh im Arsch, die geht nicht mehr. Also dann ist es gut. Hey, schon Kundschaft. Und ich kotze ab auf deine Bautechnik. So, dann mache ich mal das hier. Ah, und... Wie schnell verliert mein Schwert denn wieder an Haltbarkeit? Ja. Mit dem Makro geht das nicht so gut. Nee. Nee. Mein Schwert ist nach zwei Zombies halb tot. Ja. Wir sind wieder nicht in den Nether gegangen. Müssen wir nächste Folge echt mal machen. Ja, nächste Folge. Können sich alle drauf freuen. Oder auch nicht. So, das sieht ein bisschen besser aus, glaube ich, hoffentlich. Ähm, und dann geht's ab nach oben wieder. Und hier könnten wir mal das Haus reparieren, beziehungsweise ich werde das reparieren. Ja, ich habe ja so dumm gemacht, dass alles das hier so kaputt geht. Und, ähm, sorry. Ja, äh, äh. Ich kann nicht mehr Sprinten vorzeugen. Weißt du was? Und zack. Ich stelle jetzt hier ein Boot hin. Nice. Das ist perfekt. Nee, noch nicht. Das steht da doof. So, und dann geht's ab nach unten. Weiß einsortieren. Ich würde sagen, hier kommen die... Jetzt vibriert mein Handy und fahren vorbei, die Zahl. Geht jetzt ziemlich schnell. Ja, wir müssen uns irgendwie mal Gedanken machen über 8000 Stunden folgen oder so. Ja, das klingt ziemlich gut. Klingt ja lustig, ne? Klingt vernünftig, also. Okay, ich sitze auf dem trockenen Moment in deinem Boot. Okay, dann werde ich mich jetzt hier schön irgendwo hinstellen und, ähm, ja. Ja. Und, ne, ich gehe oben zu den Creepern und dann Outro und so. Ja, ich bleib in meinem Boot sitzen. Ab sofort immer zu den Creepern, okay, genau. Das fährt tatsächlich das Boot. Okay, das sind jetzt hier gerade 5 Creeper und ein Zombie drin. Und ich guck dir da jetzt zu. Mit der Zusatz. Warte, 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 wie hast du das Boot dahin gesetzt? Dann ein Rechtsklick. Okay. Also. Ja, erneut danke fürs Zuschauen. Und, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge, wo wir dann mal endlich den Nether erkunden werden. Das machen wir jetzt aber wirklich. Ja, genau. Richtig. Also. Und. Und wir sehen uns dann. Wieder. In der nächsten Folge. Jo, tschö. Tschö. Ich höf.